Ähm, die eine Kiste neben der Werkbank beansprue ich dann, okay, nehmen die Kiste über der Werkbank erstmal mit für mich. Die Kiste über der Werkbank? Ja, ich weiß, da hast du schon was drin, äh, da lege ich nur ein paar kleinere Sachen. Na, du kannst das Zeug nicht drinnen lassen. Ne, ne, passt schon. Gut. Wir haben noch, genau, noch, noch eine andere freie Kiste, da lege ich das Redstone Zeugs rein, weißt du, und, äh, Gold. Und so. Das brauche ich nicht, äh, mal eine falsche Kiste. Okay. Stickies, 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 stickies habe ich auch, okay, gut. Würdest du den Weg zu den Dingern noch finden? Zu den, äh, Kühen, wenn du zurückkommst? Oh. Oh, ich glaube nie, ich bin nicht mehr. Haha, wie lustig. Laura kommt nach Hause. Man hört's quietschen. Ja, ich mach mal. Ich danke. Ich fühle mich. Ich, ich weiß, ich bin nicht mehr. Ich fühle mich. Das war's. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Vielen Dank. 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 Ja, hast du ein paar Kühe im Schlepptau? Ja, ich habe ein Stinkzeug vergessen, das ist von mir. Ach so. Ja, ich habe es nur langsam dunkel. Ja, ich habe es nur noch nicht. Ja, ich habe es nur noch nicht. Ja, ich habe es nur noch nicht. Ich habe es nur noch nicht. Ich habe es nur noch nicht. Ja, ich habe es nur noch nicht. 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 Ja, 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 ich habe es nur noch nicht. Ich habe es nur noch nicht einbaut. Ja, ich habe es nur noch nicht. Hättest du es noch nicht in der weitem wüsstest, du es. Ha, 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 ha! Wenn es raus ist. Okay, Google. Zaun, Minecraft! Hä? Ich lasse mich nicht verarschen hier. So, gut. Eigenschaften, Gewinnung, Verwendung. Ich glaube, eine Gewinnung steht drauf, oder? Natürlich, okay. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ähm, von dem Dorf, wo du bist, möchtest du jetzt zurück, oder? Ähm, ja, eigentlich ganz. Halt, warte, wo sind denn jetzt die Kühe? Ich hab's gewissen, ich muss nur den weggegangen. Ähm, hast du denn eh einen Fluss? Mach mal die Map groß. Dann müsstest du eigentlich sehen, wo du bist, in welche Richtung du musst. M. Mit M. So einer spielt Ego-Shooter, weiß nicht mal, wie man eine Map groß macht. Gibt's Spiele, da machst du die Map mit K groß oder mit L? Ja, ich weiß. Aber ich glaube, in seinen Spielen nicht. Sag niemals nie. Nein, ich kenne seine Spiele. Könnte ja auch sein, dass die Mapöffnung, die Definition in Minecraft, halt auf Ö liegt. Keine Ahnung. Glaubstramm. Das ist genauso wie das Inventar auf T zu legen. Weil's ja auch Tinventar heißt. Ha, ha, ha. Das ist kein Witz. Hatte ich schon. Verarschen kann ich mir selber. Richtig. Weil niemand frech, er fliegt aus dem Team. Dann ist der Server auch raus. Scheiße. Du siehst, so einfach geht das. Also, wenn du kein Geld brauchst, kannst du das sagen, ne? Was gibt denn das hier? Hä? Wieso zum Teufel steht da immer ein Block? Weil ich da dann wieder die Gesetzlinien hinsetz. Äh, da oben sind noch welche. Ach, Mann. Ich hasse diese gigantischen Bäume. Ich auch. Ernstlich, es ist der Vorteil, die spucken echt ne Menge Gesetzlinge aus. Du, mich jetzt verarschen. Entschuldigung, ich baue dahin, wo Platz ist. Tut mir leid. Hier soll später das Haus stehen. Die Kühe kann man aber auch ohne Probleme umsiedeln. Viel Spaß, wenn du anfängst, das Haus hier zu bauen. Jetzt hat er konstant. Er war sehr gut. Er war sehr gut. Er war ja, ich bin dran. Vielen Dank.